Wir holen einen Spieler von Real Madrid. Ah, United, mal wieder schön bei der Restrampe bedient, ja? Hm? Nö. Wieso? Naja, Real gibt euch einfach immer die Spieler ab, die sie einfach nicht mehr brauchen. Ja, Quatsch. Die kommen zu uns, weil wir... Weil was? Weil ihr nicht Champions League spielt? Nein, nicht deshalb. Nein, nein, weil wir... Weil ihr ihnen mehr geheilt als Real Madrid zahlt? Ja, genau. Weil wir es uns einfach leisten können. Na gut, ist die Frage, wie lange noch ganz ohne Champions League? Also, wenn Elon Musk uns tatsächlich kauft, dann ist das sicher auch kein Problem.